Jakob Fugger, auch bekannt als Jakob Fugger der Reiche, war ein deutscher Kaufmann und Bankier, der im 15. und 16. Jahrhundert lebte. Er stammte aus der wohlhabenden Fugger-Familie aus Augsburg und war einer der reichsten Männer seiner Zeit. Jakob Fugger war ein erfolgreicher Unternehmer und betrieb ein weitreichendes Handels- und Bankgeschäft, das Ian zu einem der einflussreichsten Finanziers Europas machte. Er investierte in Bergbau, Textilindustrie und Handel und hatte enge Verbindungen zu verschiedenen europäischen Herrschern und dem Vatikan. Jakob Fugger spielte eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Projekten wie dem Bau des Petersdoms in Rom und dem Aufstieg der Habsburger Dynastie. Er war auch ein großer Mäzen und unterstützte Kunst und Kultur. Jakob Fugger starb im Jahr 1525, aber sein Vermächtnis als einer der bedeutendsten Kaufleute und Bankiers der Renaissance bleibt bestehen.